Guten Morgen Freunde, hier ist der Levis Card 12. Ich begrüße euch zu einer News. Ja, falls ihr was für euer Steam-Account sucht und ein sehr ausgefallenes Genre möchtet, dann seid ihr mit einem neuen Monster genau richtig. Denn es ist ein Spiel im Sci-Fi-Settings-Klassiker-Monster. Hundreds of planets, thousands of space tourists headed for the stars. But even the best spaceship turns into a trap when monsters sneak on board. When there is no help within reach. When civilians oppose the threat. They are ready to stand tall and fight back. But first, they must find out who is the real monster. Ja, erinnert sehr stark an diese klassischen Monster-Filme. Und natürlich war das nur das Intro. Gameplay sieht dann so aus. Rundenbasiertes, taktisches Spielen. Wie, ich würde sagen, so XCOM-mäßig. Sieht sehr interessant aus. Ihr geht einfach in euer Steam und dann Spiele installieren. Könnt ihr dann in eure Spiele-Biode aufnehmen. Hier steht free for a limited time, also gratis für eine begrenzte Zeit. Und deutsch haben wir Oberfläche und Untertitel sind nur deutsch. Ja, hier sehen wir noch die PC-Anforderungen, was ihr dafür für ein PC braucht. Ich würde sagen, das Ganze sieht doch sehr interessant aus. Falls ihr Bock auf dieses Genre, auf dieses Setting habt, geht auf Steam und sichert euch das Spielen. Das war die News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye. Bye.